Jetzt hier ist endlich Winterschluss. Verdammt, wir haben diesen Laden übernommen. Jörg und Söhne. Wow! Ich, ganz auch dran, bin ein begnadet fieses und sehr effizientes Arschloch. Du hast wenigstens vom Markt. Dann heul doch! Tränen, endlich! Wow! Das ist so viel. Das ist zu arg. Der soll nicht so viel Fressen haben. Nein! Das ist er! Es lebe unser großer König! Ja, wieso bitte? Braucht man mich dann? Wecken da! Richard! 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 Wo sind eigentlich die Linken? Wer? Na, diese, die, ich meine, diese, die auf uns, die Linken. Wer auf uns? Die, die, auf die, auf die kleinen Leute. Du meinst unsere Interessen? Ja, das hab ich gemeint. Vergiss sie, unsere Interessen. Jetzt ist Krise. Wer hat uns so mehr? Verdammt! Jetzt wird es dunkel. Nein! Doch, wird es mal.